Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 1. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 705 und gleich mal mit zwei Entschuldigungen starten wir heute. Zum einen, ja, die Folge nach der Wiese, nach dem Oktoberfest, die kam niemals online. Ich habe es einfach nicht geschafft und durfte morgen dann relativ zügig auf die Bahn. Und ja, wie es halt so in Deutschland ist mit Internet und solchen Geschichten, das hat einfach nicht geklappt. Vielen grossen Entschuldigungen der Stelle. Die zweite Entschuldigung kommt von Richtung Achim. Er schafft es leider nicht so, wie eigentlich erhofft in den Staaten, wo er aktuell ja ist, in L.A., glaube ich, irgendwo, die Daily-Folgen aufzunehmen. Deshalb ist auch gestern am Montag, am Podcast-Tag, am internationalen Podcast-Tag, die Geek Talk Daily ausgefallen. Aber jetzt übernehme ich das Ruder wieder und bringe euch die folgenden Themen. Besten Dank für eure Treue an der Stelle, ganz kurz noch. Genau. Kadrill und Furtur, mein Gott. iWorks, iOS Updates, Catalina, iCloud und Surface 7. Ich sage es mal besser so, anstatt, dass ich die beiden Namen nochmals wiederhole, die ich vorhin nicht wirklich aussprechen habe können. Ja, Ikea hat smarte Rollons vorgestellt, das schon sehr lange, irgendwann im Frühling oder sogar Anfang des Jahres. Und die sind jetzt endlich angekommen. Aber Achtung, Klammer auf, in Deutschland. In der Schweiz sind sie leider noch nicht verfügbar. Und nochmals, Klammer auf, bevor ich dann beide Klammern wieder schließe, auch nicht alle Modelle sind verfügbar. Das erste Modell, das mit F beginnt, das sind sogenannte Verdunklungsrollons. Die, die mit K beginnen, sind Rollons, die einfach das Licht ein bisschen dämpfen, also nicht komplett abdunkeln, aber halt einfach ein bisschen vor direkten Sonneneinstrahlung zu euren Geschichten schützen. Beide Varianten gibt es jeweils in 195 cm Länge und in der Breite, da habt ihr die Wahl zwischen 60, 180, 120 und 140 cm zu wählen. Aktuell sind aber noch nicht alle Modelle online. Und bitte beachtet, dass ihr dazu den Ikea Trot-Free Gateway benötigt, damit ihr das Ganze natürlich dann auch smart machen könnt und in euer System einbindt. Ich freue mich ja schon extrem auf das Teil, denn ja, hier zu Hause haben wir so das eine oder andere jetzt nach dem Umzug, wo wir da gerne smarte Rollons dran hätten. Weiter geht es mit einem umfangreichen Update-Zyklus oder nicht Zyklus, sondern umfangreichen Updates. Zum einen gibt es jetzt auch für die iWorks App, das sind Pages, wie heissen die ganzen Apps, ihr merkt, ich nutze die ganz viel. Das ist Page, Keynote und Numbers, genau die Office Suite von Apple selber. Die haben jetzt alle einen Dunkelmodus bekommen, iOS 13, Anpassungen etc. Und auf dem Mac natürlich auch gewisse Geschichten, die es dann natürlich dann später in Catalina wieder finden werden. In dem Zug gab es auch iOS-Update schon wieder. Wer sich jetzt denkt, wow, da kommt wieder was, freut euch darüber. Es gibt oder es soll Betriebssysteme bekommen oder geben, besser gesagt, die bekommen selten bis gar nie ein Updates. Also freut euch über Updates. Und im Zuge dessen auch der grosse Erfolg von iPhone 11 sowie iPhone 11 Pro und auch den ganzen schönen Testberichten usw., die online gegangen sind, hat sich das Teil doch deutlich besser verkauft, als die Analysten gedacht haben. Und somit haben jetzt die ersten Analysten schon ihre Prognosen angehoben. Und zwar nicht nur für das, sondern auch für das kommende iPhone, was ja erst im nächsten September vorgestellt wird. Ein bisschen kurios. Aber kurios ist ja die Branche da. Und ja, ich will mich da jetzt nicht mehr rauslassen in die Richtung. In diesem Sinne, also wer investiert ist in Apple, der dürfte sich bald freuen, sofern die Analysten die Zahl nicht zu stark angehoben haben und dann wieder enttäuscht sind und dann der Kurs wieder runtergeht. Aber das ist eine leidige Geschichte. Was auch ein Update bekommen hat, ist eine Beta. Und zwar die von Catalina. Die neuste macOS-Version, die ja im Oktober, kling kling, hat heute begonnen, kommen wird für uns alle. Und das lädt sich gerade bei mir im Hintergrund. Ich bin gespannt, ob das ein bisschen stabiler, obwohl stabil lief, die hat das bis jetzt macOS Catalina einfach nur extrem langsam. Ich hoffe, es wird ein bisschen schneller. Wir werden es sehen. Ansonsten, ich spekuliere ja auf die zweite Hälfte des Monats und zwar eher gegen Schluss, wo das Ganze dann für uns alle kommen will. Und noch eine kleine letzte Meldung aus dem Hause Apple. iCloud.com, wir hatten es schon mal irgendwann im August, glaube ich, in der Daily. Da gingen ja gewisse Beta-Tests online und das ist jetzt final abgeschlossen. iCloud.com hat ein Redesign erfahren, freut euch aber nicht über zu viel. Es wurde einfach schlichter, einfacher, schöner und schicker oder wie man es auch immer mag. Und die Einstellungen wurden ein bisschen vereinheitlicht. Das war es dann auch schon. Zu guter Letzt gab es coole neue Bilder von Evenblast. Das ist ja der bekannte Leaker, der quer über die ganzen Gerätschaften und Firmen, die es so gibt auf diesem Planeten, immer wieder mal kurz vor den Events die richtigen Leaks rauswirft. Und ja, am zweiten oder dritten, irgendwie auf jeden Fall in dieser Woche ist ja der Microsoft-Event, ja ich glaube am zweiten, also morgen. Und da werden ja unter anderem neue Surface-Modelle vorgestellt und das in Klammer auf, Surface 7, Klammer zu. Der Name ist natürlich Spekulation, weil, ja, ist einfach die siebte Generation der Surfaces. Da sind jetzt Bilder aufgetaucht und da bin ich extrem gespannt, ob das so kommen wird. Weil, wenn das so kommen wird, dann bin ich unglaublich neugierig auf das Teil. Es ist ein sehr, sehr dünnes, ein schmales und wenn man den Gerüchten glauben mag, auf ARM basiertes Surface. Gibt es natürlich auch noch ein normales Surface, was nicht auf ARM basiert, aber das ist ja das, was spannend ist. Auch einen neuen Stift soll es dann dazu geben. Sehr dünn, neue, genauso der Klappmechanismus, den man auf die verschiedenen Winkel einstellen kann. Ja, es macht Freude und ich freue mich schon auf morgen, wenn eben dann die Produkte wirklich vorgestellt werden. Wer da noch ein bisschen in Richtung hören möchte, wo die Reise gehen könnte bei Windows, in der Geek Talk 4319 in unserem Motor Podcast, da habe ich ein Interview mit Martin Keuss geführt, dem Inhaber und Führer von Dr. Windows, der Plattform. Und er hat da auch ein bisschen was dazu gesagt, eben was Microsoft so vorstellen könnte und oder er sich erhofft. Wer es noch nicht gehört hat, runterladen, reinhören, abonnieren, wenn es euch gefällt. Und ja, lasst uns doch wieder mal einen Kommentar da, wie euch die Daily gefällt, euch einen schönen und einen erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen am Mittwoch dann wieder mit meiner Person. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.